Hallo, Fußballfans! Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal, dem Treffpunkt für alle Neuigkeiten und Emotionen aus der Sportwelt. Heute haben wir eine Nachricht, die die Herzen der deutschen Fußballfans hörschlagen lässt. Ein ehemaliger Spieler von internationalem Renommee setzt sich leidenschaftlich für die Rückkehr eines Profis in die DFB-Mannschaft ein. Ihr wollt diese unglaubliche Entwicklung auf keinen Fall verpassen. Bevor wir jedoch tiefer in diese Geschichte eintauchen, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen, um uns eure Unterstützung zu zeigen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Die schwachen Leistungen der deutschen Nationalmannschaft in der Vergangenheit sind auch nicht an Steffen Baumgart vorbeigegangen. Aus diesem Grund wünscht sich der FC-Coach auch ein Comeback von einem Weltmeister von 2014. Ich würde es versuchen! Eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern braucht Führung. Und Tone spielt bei Real, weil er eine große Mannschaft führen kann, sagte Baumgart in einem Interview der Sportbild. Wenn ein Verein wie Real Madrid auf so einen Spieler wie Toni Kroos setzt, ihn jeden Tag arbeiten sieht, dann stelle ich mir die Frage, warum spielt er nicht für Deutschland? Wir sind das einzige Land, das seine etablierten Spieler vom Hof jagt. Jedes andere Land würde auf seine besten Spieler setzen, so der FC-Coach. Kroos hatte nach dem Achtelfinal aus bei der EM 2021 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Baumgart kritisierte, dass man nach der enttäuschenden WM 2018 einige erfahrene Spieler vergrault habe. Toni Kroos, Thomas Müller zum Beispiel, die waren plötzlich nicht mehr gut genug. Stattdessen haben wir auf einen Umbruch gesetzt. Ich bin der Meinung, wir können mit den Erfahrenen wie Thomas Müller in die EM 2024 gehen. Den Transfer von Bayern-Neuzugang-Hare Kien sieht Baumgart dagegen kritisch. Wird er die Bundesliga entscheidend verbessern? Wir haben schon ein hohes Niveau. Bei Sadio Mane hieß es vor einem Jahr auch, dass alles besser wird. Jetzt ist er wieder weg. Man hat seine Qualität gesehen, aber er wurde nicht zu dem Heißbringer, zu dem er schon bei seiner Verpflichtung gemacht wurde. Vergesst nicht zu abonnieren und zu teilen. Bis bald! INTRO EINFORTS Untertitelung des ZDF, 2020